Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, auch wenn wir momentan bei ungefähr 42.400 US-Dollar traden. Wir hatten gestern nochmal einen größeren Abverkauf, nachdem wir auf einen 1-Stunden-Chart eigentlich nochmal einen schönen Pump hatten mit ordentlich Volumen. Hat aber leider nicht gereicht, um erstens ein höheres Hochzubilden und zweitens um das zu halten. Wir hatten danach sofort wieder eine Abverkaufscanel mit erst wenig Volumen, aber durch dieses wenige Volumen wurde diese Kerze schon wieder abverkauft. Schauen wir uns jetzt gleich nochmal näher an. Ansonsten lasst den Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, 42.400 US-Dollar traden wir momentan. Es ist eigentlich wirklich alles noch im Rahmen. Also wir haben jetzt zwar unsere Bullflag, in Anführungszeichen, oder unseren Downton-Kanal nach unten hin verlassen. Den 200er SMA haben wir nach unten hin durchbrochen. Aber unsere gelbe Support-Linie, also unser Up-Trend, ist auf jeden Fall erst einmal noch intakt. Also so bearish, wie es eigentlich jetzt so auf den kleineren Timeframes aussieht, ist es noch nicht. Wir halten unseren Support, das ist schon mal wichtig, immer wieder diese Support-Linie anzutesten und von hier aus dann eventuell weiterhin nach oben hin zu steigen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben diesen Downtrend oder Bullflag, in Anführungszeichen, nach unten hin verlassen, den 200er SMA. Wir haben es gestern nicht geschafft, über diese 2-Stunden-Supply-Zone hier drüber zu kommen. Wir können mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart gucken. Da sehen wir nochmal, dass wir hier einen schnellen Pump nach oben hin hatten, nachdem wir hier so eine Art doppelten Boden gebildet haben und mit den nächsten Candles sofort wieder abverkauft wurden. Und dabei war gar nicht so viel Volumen, sage ich mal, in diesen Candles drin. So, ist kein bullisches Zeichen, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht gut, dass so ein Pump direkt wieder abverkauft wird. Wenn, dann hätte ich mir gewünscht, okay, wir gehen jetzt hier runter, nochmal in diese kleine Einstunden-Demandzone und pumpen dann von hier weiter. Hat leider nicht gereicht, jetzt haben wir Wochenende, CME geblickt bei 42.700 US-Dollar, also knapp über uns. Wir haben die EMA-Ribbons auf den 1-Stunden-Chart als Widerstand. Auch kein gutes Zeichen, das heißt, wir sind auf jeden Fall erst einmal in einem kleinen Downtrend gefangen. So, wie gesagt, unsere hauptsächliche Trendlinie von unserem Abtrend hält erst einmal noch. Sieht auf jeden Fall gut aus. Zusätzlich haben wir auf dem 4-Stunden-Chart noch eine Bullish Divergence, heißt, wir haben tiefere Tiefs im Chart, aber ein höheres Hoch im RSI. RSI ist jetzt auch komplett, sage ich mal, zurückgesetzt. Also hiernach sollten wir jetzt erst einmal, zumindest kurzfristig, vielleicht wieder hier in Richtung Monats-Pivot steigen können. Das heißt, ungefähr 43.600 US-Dollar, dass wir hier vielleicht nochmal einen kleinen Pump nach oben kriegen. Vielleicht wieder in dieser 2-Stunden-Supply-Zone rejected werden. Möglicherweise dann ein Inverse Head & Shoulders bilden und dann vielleicht in der neuen Woche einen neuen Versuch starten, hier nach oben hinzubrechen. Von der News-Side her ist wirklich alles Bullish. Madeira, Mexiko wird, glaube ich, noch überlegt, ob es als Legal Tender akzeptiert. Honduras hat es, glaube ich, bestätigt. Also von der News-Side her ist wirklich alles top. Die Banken fangen an, das zu akzeptieren. Zumindest Volksbank, Reifeisenbank, habe ich irgendwas gelesen. Also es findet weiterhin statt. Die News sind grundsätzlich Bullish. Trotzdem fallen wir. Es fehlt uns einfach momentan dieses Kaufvolumen im Markt, dass die Leute wirklich nach oben hin kaufen. Die Funding-Fees sind sogar immer noch positiv, was mich wundert nach so einem Drop. Wobei das momentan immer ein bisschen hin und her schwenkt. Wir hatten gestern kurzzeitig mal minus 0,01 wieder gehabt. Jetzt sind wir bei plus 0,005 irgendwas Funding-Fees. Also es ist wirklich interessant. Wir schauen uns jetzt mal auf den Daily Charter. Auch hier perfekter Bounce eigentlich auf unserer Trendlinie. Es wäre jetzt nicht wünschenswert, dass wir hier nochmal drunter fallen. Ansonsten brechen wir diesen Up-Trend, sieht es nicht wirklich gut aus. Dann ziehen wir uns mal das FIP-Level. Darüber haben wir vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen. Unser Golden Pocket würde hier in dem Bereich von 39.700 bis ungefähr 39.100 US-Dollar liegen. Sollte dieser Trend wirklich brechen, ist es enorm wichtig, dass wir hier aller, aller spätestens ein Bounce sehen. Und dann hier einen neuen Versuch starten, nach oben hin durchzubrechen. Wobei ich momentan immer noch nicht davon ausgehe, solange dieser Trend hält, dass wir nicht diese 39.000 US-Dollar sehen. Es sieht momentan wirklich noch gut aus. Mache ich mir momentan keine Gedanken. Ansonsten der nächste Support würde dann hier unten in dem Bereich von 41.000 US-Dollar liegen. Ungefähr, also 40.800 bis 41.000 US-Dollar, weil hier auch noch das 0,5er Fibonacci Retracement Level ist. Ansonsten RSI auf dem Daily deutlich abgekühlt. Wir sind jetzt mittlerweile bei 43, also deutliche Abkühlung. Von hier aus ist es, sage ich mal, ein solider Punkt, wo wir theoretisch wieder steigen könnten nach diesem Pump. Aber gut, muss man warten, es ist Wochenende. Ich würde euch nicht raten, jetzt am Wochenende in irgendwelche Trades reinzugehen. Außer den Lunar Trade, kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, ist eigentlich so das meiste zu, bis auf so Swing Trades und so, die ich auf jeden Fall noch offen lassen werde. Gut, so viel zu Bitcoin. Wie gesagt, Wochenende weniger Volumen. Könnte nochmal ein volatileres Wochenende werden, wo wir immer mal wieder Pumps and Dumps sehen, sage ich mal. Aber momentan würde ich sagen, es sieht wirklich alles noch gut aus. Unser Trend hält. Auch wenn wir jetzt die ganzen Indikatoren nach unten hin verlassen haben. Aber der Trend hält, das ist wichtig. Und solange der Trend hält, haben wir erstmal nichts zu befürchten. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum deutlich stärker, muss man schon dazu sagen. Also hier hatten wir auch klar diesen Abverkauf. Und gestern auch nochmal, wir haben kein Lower Low gebildet. Unsere Demandzone wurde hier nicht mehr angetestet. Hier sieht es sogar etwas bullischer aus, nachdem wir sagen könnten, okay, wir haben jetzt hier eigentlich einen schönen doppelten Boden gebildet. Und könnten von hier aus weiter steigen. Es ist natürlich jetzt wichtig, dass wir jetzt auch hier über das Wochenende vielleicht nochmal einen kleineren Pump nach oben hin sehen. Zumindest in die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Und am Montag dann neuen Versuch starten, mit diesem doppelten Boden zu bestätigen. Und dann nach oben hin zu pumpen. Sieht bei Ethereum deutlich besser aus. Aber auch hier, es ist Wochenende. Müssen wir schauen, was das Wochenende bringt. Ansonsten wirklich schöner, doppelter Boden eigentlich. Höheres Hoch. Also auch hier hält erstmal der Trend, sage ich mal. Abverkauf war absolut notwendig. Das haben wir auch schon als Längere gesagt. Okay, nach so einem Pump einfach eine kleinere Korrektur. Und bei Ethereum hält sich das wirklich in Grenzen. Also man muss ja sagen, 12% ist jetzt nicht die Welt. Das war bei Bitcoin deutlich höher. Also Ethereum gegenüber Bitcoin momentan zumindest ein bisschen stärker. Müssen wir schauen. Aber es sieht auch ganz gut aus, dass jetzt auch hier erstmal ein Boden gebildet wurde. Ansonsten, nächster Steps und weiterhin hier diese 3070 US-Dollar-Monats-Pivot. 200er SMA kommt jetzt langsam in diese Region. Also hier wird es dann wieder interessant. Gut, schauen wir uns Cardano an. Und Cardano hat es doch geschafft, in unsere 1-Dollar-Marke doch noch reinzukommen. Auch hier Bullish Divergence. Wer es traden will, viel Glück. Ich gehe am Wochenende nicht in irgendwelche Trades rein. Aber es sieht auch hier gut aus, dass wir jetzt erst einmal zumindest vorläufig den Boden gesehen haben. Aber wir müssen natürlich Bitcoin im Auge behalten. Wie gesagt, CME-Gap. Wenig Volumen am Wochenende etc. Aber ansonsten sieht es relativ gut aus. Auch hier unser 200er SMA kommt jetzt hier genau an unsere 1-Dollar-Marke. Also es ist möglich, dass wir nochmal ein ganz, ganz kurzes Fake-Out hier runterkriegen. Triple Bullish Divergence eventuell bilden. Und dann diesen Trend nach oben hin starten. Sollten wir hier wirklich den 200er SMA nochmal antesten. Der RSI bleibt so unten. Kann ich mir auch hier vorstellen, in einen Trade reinzugehen. Auch um diesen Pump hier drüben nochmal aufzufüllen, ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir zumindest kurzfristig hier nochmal reinkommen. Aber ich möchte jetzt nicht darauf wetten. Ansonsten vielleicht eine Möglichkeit, einen Swing-Trade hier aufzumachen. 3% Verlustrisiko einzuplanen. Beziehungsweise auch die Position langsam, aber sicher aufzubauen. Schauen wir uns mal noch XRP an, nachdem wir da schon öfters drüber gesprochen haben. Auch hier das gleiche Rising Match gebildet. Preisziel erreicht sogar noch ein bisschen nach unten hin durchbrochen. Auch hier Bullish Divergence wäre jetzt auch die Möglichkeit, dass wir hier erstmal einen doppelten Boden bilden. Also von charttechnischer Seite sieht es eigentlich gut aus, weil wir überall, sag ich mal, bullische Chart-Battern bilden, beziehungsweise eine Bullish Divergence erst einmal haben. Was mich ein bisschen besorgt, ist einfach, dass wir Wochenende haben und somit ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ansonsten sieht das alles relativ gut aus. Schauen wir uns mal noch ganz kurz Luna an, nachdem wir da gestern drüber gesprochen haben. Also auch hier läuft momentan noch mein Trade. Habe ich ja gesagt, okay, ich habe ihn hier weiter oben aufgemacht. Ist natürlich jetzt im Minus, aber trotzdem glaube ich, dass Luna hier relativ flott wieder nach oben hin steigen kann. Da müssen wir da natürlich aufpassen, dass wir hier nicht eine Art dann Head-and-Shoulders-Chart-Pattern in der nächsten Woche bilden. Aber dafür ist es zu früh. Solche Prognosen werde ich jetzt nicht aufmachen. Die Support-Zone hält, das ist wichtig. Ansonsten, dieser Pump hier drüben wurde aufgefüllt. Also Liquidität wurde in diesen Bereich reingebracht. Auch ein gutes Zeichen. Das heißt für mich, auch Luna jetzt momentan eher so ein bisschen bullischer eingestimmt. Es wird nur Zeit, dass wir dann schleunigst wieder über diesen Monats-Pivot drüber kommen. Gut, ansonsten schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Sollte es irgendwelche News geben? Ich habe es noch nicht aktualisiert. Ja, genau. Durch Shopify überall mit Bitcoin Lightning bezahlen. Nächste bullische News. Also ihr seht, es findet immer, immer mehr statt, sage ich mal, wo Bitcoin als Zahlungsmittel etc. pp. akzeptiert wird. Also die News sind bullish. Charttechnisch ist es einfach immer noch so, dass wir einfach übergeordnet einfach seitwärts laufen. Wir sind einfach übergeordnet weiterhin in einer Seitwärtsphase. Aber gut, es soll uns nicht daran hindern, weiterhin zu akkumulieren. Ich sehe ganz ehrlich nicht diese 30.000 US-Dollar, über die teilweise schon wieder gesprochen wird. Aber mir soll es recht sein, die Leute sollen bearish sein, damit wir einerseits billig einkaufen können und zweitens unsere Long-Position eröffnen können. Gut, soviel zum heutigen Video. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende. Wer jetzt erst Wochenende hat, sage ich mal, genießt vielleicht den Schnee. Bei uns hat es geschnallt wie Sau. Wunderschön. Ansonsten, schönes Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder zu einem Update-Video. Ansonsten kommt gerne in die Telegram-Gruppe, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.